Das Spezielle ist, dass man über die Funktionen, die man hat, probiert anzupassen, zu kompensieren und dass man halt durch irgendwelche Bewegungsabläufe weiterkommt, wo ein anderer Mensch einfach die Muskeln einsetzt und mit den Füssen nachdrückt. Für mich ist die Schwierigkeit sicher, dass ich die Kontrolle über die Beine in die Richtung habe. Ich habe nur begrenzte Auswahl an Muskeln zur Verfügung und ich spüre nichts in den Füssen. Seit dem Unfall macht es mir Klettern mehr Spass, weil ich einfach intensiver ging. Unter das sehe ich die Fortschritte viel mehr. Ich klettern viel mehr aus dem Oberkörper und weniger aus den Beinen. Wer hätte es gedacht? Teilweise schon noch beeindruckend für einen, der das alles aus den Beinen machen würde, zu sehen, wie es auch anders möglich ist. Für die SAC ist es ein wichtiges Anliegen, Menschen mit Beiträchtigung in den Bergsport zu inkludieren und zu fördern. Mit Plusport haben wir den perfekten Partner dafür. Plusport vernetzt den Regelsport mit dem Behindertensport. Das schafft das Miteinander, das nur durch den Sport möglich ist. Das Schöne ist, egal ob Mensch mit Einschränkung oder ohne Einschränkung, es kann jeder klettern. Das ist eine mega coole Truppe und spät ist, wenn du uns einmal getroffen hast, dann hat auch das Klettern dich gepackt. Ohne Plusport wäre ich jetzt sicher nicht so viel am Klettern. Klettern ist mein Leben, auch dein Leben. Plusport begleitet die und die Sportverband oder Sportvereine auf der Mission zu mehr Chancengleichheit und Zugang im Sport für alle. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Meld dich bei uns! speaking von Musik